Vor dem Wochenende bewegt uns eine Frage ganz besonders, nämlich gibt es Gewinnmitnahmen oder schaffen es die Marktteilnehmer den Mut aufzubringen, Positionen übers Wochenende zu halten? Das ist also ein wichtiger Punkt, nämlich ist die Stimmung gut genug, als dass man sagt, ja das Risiko gehe ich ein, ich habe mehr Sorge, dass es nach dem Wochenende sogar steil weiter geht, also mehr Sorge etwas zu verpassen, als dass es nach unten geht. Insofern ist die Marktnehmerschaft sozusagen ein guter Indikator, wie die Stimmung aktuell auf die aktuelle Nachrichtenlage ist. Nochmal ganz kurz im Tageschart, da sehen wir, wir hatten hier die letzten Hochs aus Ende Mai, die haben wir so halbwegs überschritten, insofern zumindest mal der Versuch drüber zu gehen, aber natürlich die Frage, ob das Ganze wirklich hält. Vielleicht hier nochmal im Tageschart ein kleiner Hinweis, das ist eigentlich eine typische Wendekerze, ihr seht, das ist ein ganz kleiner Körper, ich mache es mal groß hier, das ist auf Tagesbasis hier, ein ganz kleiner Körper, langer Tail auf der Oberseite. Wir sagen dazu als Candlestick Formation, ein Shooting Star, wenn der Kurs vorher von unten kam, dann ist das ein Shooting Star und gerne eine Wende. Und das Tief hier wäre, das gestrige Tief sozusagen wäre ein möglicher Trigger für die Short-Seite. Wenn ihr sagt, ist das immer so, nein, immer ist es natürlich nicht so, aber wenn ihr Kerzen habt, kleiner Körper auf der einen Seite und ein langer Tail auf der Oberseite, guckt mal hier oben, dann ist das gerne, nicht immer, keine Garantie, aber gerne ein Hinweis darauf, dass der Markt hier als nächstes dreht. So, das heißt, wir haben zumindest schon mal die gestrigen Tagestiefs, 33.255 in etwa, oder wir können es auch genau gucken. Ja, ziemlich exakt, 55, also das wären mögliche Trigger für die Short-Seite. Zumindest mal ist das ein Zeichen, dass wir ein Ende da mal vorläufig erwarten können im großen Bild. Wenn das wirklich so passieren sollte, dann wäre durchaus ein Rücksetzer dieser Größe wohl wieder zu erwarten. Also sowas könnte uns in den nächsten Stunden tatsächlich blühen. Insbesondere, wenn wir das Ganze hier triggern, ist es ein Indiz dafür, kein Beweis, aber ein Indiz dafür, dass der Kurs hier dreht. Na gut, soweit mal die Vorgabe aus dem Tageschart. Noch sind wir ja safe, noch sind wir ja oberhalb dieser Marke. Das seht ihr hier im Intraday-Chart hier unten das Ding. Also noch ist nichts Schlimmes passiert. Allerdings diese Marke sollte man vorsichtshalber im Hinterkopf haben. So, wie sieht es denn Intraday aus von dieser Hochmarke? Und das gucken wir uns mal an. Also dieses Hoch, was wir hier haben, ist im 5-Minuten-Chart das. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und da sehen wir nämlich, dass wir vom höchsten Punkt auf den tiefsten Punkt eine, was für eine Bewegung haben? Naja, die sieht schon sehr aus, als ob wir in der Mitte eine Pause hätten und hier nochmal runter. Sprich, dreiwellig. Das heißt, dieses Verlaufsmuster, was wir hier sehen, ist eigentlich ein korrektives, ist kein impulsives. Ja, immer wenn ihr das so dreiwellig zuordnen könnt, ist es eigentlich eher die Gegenrichtung und müsste es die starke Richtung nochmal weitergehen. Das würde bedeuten, auf der Oberseite hätten wir ebenfalls eine Art Trigger für die Long-Seite, nämlich den Trigger dafür, dass diese dreiwellige Bewegung zu Ende ist und der Kurs sich als nächstes nach oben fortsetzt. Das ist das Zwischenhoch 11., also gestern Abend, und zwar bei 33.519, so circa. Könnt ihr ja nochmal schauen. Aber ungefähr auf diesem Niveau, das würde, so ähnlich wie wir das hier hatten und an vielen, vielen anderen Stellen, ja eigentlich suggerieren, der dreiwellig ist rum und damit müsste es eigentlich nach oben weitergehen und damit wäre die Long-Richtung nach wie vor die richtige. Also ihr seht, es gibt da zwei Ideen, die man da verfolgen kann. Short beispielsweise im etwas größeren Bild, wenn wir die Tiefseite nach unten durchstoßen und die Long-Seite, wenn wir diese Marke da oben durchstoßen. Kann man das Ganze nochmal optimieren? Vielleicht schon. Wir gucken uns mal an, was ist denn rechts von dem Tief hier gelaufen und dann sehen wir, naja, von da bis da ist ja irgendwie so eine Hochbewegung und wenn wir das, das ist der höchste Punkt hier, das ist der tiefste Punkt und wenn wir das mal angucken, wir hatten hier eine Gegenbewegung und hier und die ist überlappungsfrei. Wenn wir den Startpunkt hier oder selbst wenn wir diesen Punkt hier nehmen, das war im Nachthandel hier, selbst wenn wir den Punkt hier nehmen würden, keine Kursüberschneidung bis zum höchsten Punkt. Nach dem höchsten Punkt ja, aber vorher nicht. Das heißt, diese Bewegung ist zwar auch mit Gegenbewegung, aber überlappungsfrei. Das heißt, auch wenn man auf den ersten Blick, wenn man nicht so genau hinguckt, denkt man, ah, guck mal, das ist doch bestimmt korrektiv, weil wir so steil hier runtergelaufen sind und relativ flach hier nach oben. Allerdings, Anmerkung, das ist bisher sehr dreiwellig von der Optik, während das überlappungsfrei ist. Das heißt, nach wie vor muss ich sagen, ich bin noch nicht so richtig von der bärischen Richtung überzeugt, denn noch ist die Aufwärtsrichtung relativ stark. Sie hat schon ein bisschen nachgelassen, also wenn ich mir so einen Anstieg angucke, ja gut, der ist natürlich extrem attraktiv, dann hat man den Eindruck, das ist einfach mehr Wumms als hier. Aber noch gilt die Logik, dass die Aufwärtsrichtung, wenn auch abgeschwächt, immer noch die etwas stärkere ist, weil eben keine Rücksetzer die hier auf eine Korrektur eben vermuten lassen. So, das heißt, die Aufwärtsbewegung von hier bis hier wäre ein Teil. Jetzt meine Idee, meine Vorstellung wäre, wenn der Kurs jetzt hier irgendwie eine Korrektur macht, heute im Laufe des Nachmittags, vielleicht noch ein bisschen die Abendstunden hinein, hätten wir vielleicht sogar eine gute Überlegung für die Longseite. Dafür können wir mal die alten Striche hier raus machen, die brauchen wir nicht mehr. Wir wissen ja, dass wir nach so einem starken Anstieg gerne mal eine Pause haben, hier so in den mittleren Bereich rein und anschließend wieder die Oberseite, merkt euch dann triggermäßig die letzten Zwischenrufs. Noch kann ich euch die nicht nennen, weil wir wissen ja noch nicht, wie das Ding aussieht. Aktuell könnte man vielleicht noch sagen, Schub runter, ABC hoch, noch mal Schub runter. Das wäre im Prinzip genau das Gleiche wie hier. Schub runter, ABC hoch, Schub runter. Ihr seht, ihr die Analogie? Ich mache noch mal meinen Geschmiere weg. Also für die ganz kurzfristigen von euch, so was hier, eine mögliche Short-Marke, um das noch mal nach unten zu erwarten. Das lohnt sich vom CRV nicht ganz so gut, aber wer unbedingt Short gehen möchte, das wäre ein logischer Trigger, denn dann wäre das ein Dreiweller und damit hätten wir das Ganze beendet. So ähnlich wie wir das hier haben, das, 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 Dreiweller, wenn das durchstoßen wird, kriegen wir das, was wir vorne haben. Da hinten noch mal. Das ist nicht immer so, aber sehr häufig. Hier vorne, zack, haben wir hier mehr oder weniger eine Pause, zack, hier eine Pause und hier so ein Ending vielleicht noch hinten dran. Hier dann den Dreiweller in irgendeiner Form und dann die Fortsetzung nach unten. Und möglicherweise ist das, was wir hier bekommen, ja gar nicht so groß unterschiedlich. Schub runter, wackele ich hoch und noch mal die Abwärtsseite. Und da seht ihr, wie vertrackt die Situation ist. Im ganz kurzfristigen fände ich die Short-Seite noch mal gut. Danach fände ich eigentlich die Long-Seite wieder gut. Wenn er dann hier durchgeht oder vielleicht noch besser, dieses Zwischenhoch, also erst da runter und dann das Zwischenhoch, das haben wir noch nicht genau. Im Moment wäre das hier 33.464, aber vorsichtig, dafür muss der Kurs erst hier noch mal runter gegangen sein. Aber dann hätten wir mögliche Trigger noch mal für die Fortsetzung der Aufwärtsrichtung. Und das würde zeigen, dass die Marktteilnehmer mehr Angst vorm Verpassen haben, als davor, dass der Markt nach unten wegdreht. Und das ist erstmal ein gutes Zeichen. Vielleicht ein kurzer Hinweis dazu. Das heißt nicht, dass der Markt nicht nach unten gehen kann. Aber das heißt, jetzt zu shorten ist ungefähr genauso clever, als wenn ihr im Auto sitzt und sagt, da kommt bestimmt gleich eine Linkskurve, ich lenke jetzt schon mal los. Lasst euch das zeigen. Wenn ihr die Anfänge seht, wenn ihr seht, da geht eine Kurve in die eine Richtung, ja, dann macht ihr mit. Im Moment ist diese Kurve noch nicht zu erkennen. Das heißt auch, ich finde Warnsignale absolut in Ordnung. Und es gibt hier einige, wir haben hier den Umkehrfall hier durch die Kerze, hier, ich mache es noch mal hier oben angedeutet. Wir sind eigentlich schon weit gestiegen. Wir haben fundamental durchaus die eine oder andere Baustelle, die Zweifel, ob des Anstiegs erlaubt. Ja, aber was nützt es? Die Marktteilnehmer sind noch nicht auf der bärischen Seite angekommen. Das grobe Bild ist hier das Gleiche. Auch hier habt ihr im Tagesschart diese Umkehrkerze. Ihr seht das hier oben. Das ist nur so eine Andeutung. Die gibt es natürlich auch nach unten. Kleiner Körper, langer Tail auf der Seite. Idealerweise sieht das so aus. Also nicht so. Das ist eher etwas, was man dodgy sagt, wenn das mehr in der Mitte ist. Das hier hat jetzt auch für einen Dreh gereicht. Aber das ist jetzt eigentlich kein typisches Umkehrsignal. Wenn das so aussieht, Kurs kam von oben, sieht so aus, ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Hier hätten wir die Situation. Allerdings höher sollte er jetzt hier auch nicht gehen. Aber wir haben ja schon gesagt, naja, diese Longs, Longsituation wären diese Zwischenhochs, die wir hier haben. Manch einer wird jetzt sagen, Mensch, aber Rüdiger, die haben wir doch hier beim S&P 500 gerade schon durchschritten. Kann ich also schon Long gehen? Ja, wobei ich sagen muss, dann machen wir doch lieber Folgendes. Dann warten wir doch lieber auf diese Korrektur und gehen dann hier irgendwo rein. Ich halte das für noch besser. Oder aber ihr nehmt den Markt, den Kontrakt, der dieses Signal gerade besser darstellt. Da hat mir der Dow etwas besser gefallen als der S&P. Wir sind beim Nasdaq ebenfalls hier mit der Wende unterwegs. Da ist er ebenfalls hier im Kerzenschart, sieht das so ein bisschen nach einer Wendemöglichkeit aus. Aber auch hier eigentlich eher dreiwillig nach unten. Ich muss allerdings sagen, wenn einer, dann finde ich den Nasdaq den, der am meisten Schwäche zeigt. Denn die Aufwärtsbewegung ist dort mit Abstand die schwächste. Ihr seht nämlich, da haben wir diese Überschneidung. Deshalb, hm, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich jetzt beim Nasdaq die Long-Seite im aktuellen Bild am wenigsten eben fahren. Weil mir das hier wirklich sehr korrektiv aussieht. Vielleicht da ein möglicher Short-Trigger. Nochmal hier bei 13.341. Wenn dann doch diese eher korrektive Seite vielleicht sich nach unten da nochmal entfernt. Ihr seht, es ist durchaus lohnenswert, sich auf alle Seiten vorzubereiten. In allen Richtungen kann dieser Ausbruch passieren. Es gibt Vorlieben bei den entsprechenden Märkten. Nasdaq haben wir gesagt, nicht so richtig toll auf der bullischen Seite. Während Dow Jones gar nicht so schlecht ist auf der bullischen Seite. Da würde ich mich dann gegebenenfalls an den Markt halten, der die entsprechenden Levels durchstößt. Wie sieht es beim DAX aus vor dem Wochenende? Naja, der DAX, der ist so gut wie rum aktuell. Insofern ist das Thema schon durch. Allerdings muss ich sagen, echte Stärke nach unten sehe ich da im Moment noch nicht. Gehen wir mal ruhig auf den DAX Future hier. Wenn wir uns das angucken, ist das allerdings ein bisschen harmloser jetzt hier auf der Aufwärtsseite auch. Naja, aber schlecht ist es auch nicht. Mein Fokus liegt eher wohl auf der amerikanischen Seite als beim DAX. Ich sehe immer noch die Chance, dass dieser Dreh jetzt bald passieren kann. Ich sehe aber noch keine Anzeichen. Stichwort, nicht vorher lenken, erst wenn die Kurve kommt. Erst möchte ich sehen, dass der Kurs runterkommt. Ja, dann verpasse ich vielleicht wieder ein bisschen was. Aber wenn es steil runter geht und wackele ich hoch, dann habe ich alle Zeit der Welt. Denn danach geht es ja mit Sicherheit noch weiter oder sogar viel weiter. Aber zumindest noch mal ein gutes Stück weiter. Im Moment würde ich da die Short-Seite noch nicht reiten wollen. Wer vorsichtig sein will vor dem Wochenende, kann vielleicht Gewinne mitnehmen. Shorts sehe ich aktuell noch nicht, wie gesagt. Wenn, dann müsste er da erst was triggern. Ansonsten denke ich mal, sind die Chancen noch relativ ausgewogen. Ich sehe also keine zwingende Notwendigkeit, über das Wochenende die Positionen alle zu schließen. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal ein schönes solches, ein schönes Wochenende. Ansonsten einen erfolgreichen letzten Handelstag der Woche. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.